die witwe und der fisch früher lebte einmal eine alte und sehr arme witwe sie war so arm daß sie nicht das geringste besaß ihre kleider waren völlig zerrissen und hingen in fetzen an ihrem körper auch kannte sie kein regelmäßiges essen manchmal aß sie einmal am tage gelegentlich aß sie auch den ganzen tag nichts weil sie nichts essbares bekommen konnte ja nicht selten aß sie auch zwei oder gar drei tage nichts in jungen jahren war ihr leben nicht so schwierig gewesen damals hatte sie ihre arbeitskraft verkaufen und leben können weil sie für einen ausreichenden lohn arbeitete ja das war damals als noch kräftig war jetzt war sie alt ihre kraft war nach und nach geschwunden bis sie schließlich nicht mehr verkaufen konnte es gab niemanden der sie arbeiten lassen und dafür einen lohn bezahlen wollte ihre tägliche arbeit bestand jetzt nur darin soweit es ihre kräfte zuließ holz und blätter zu suchen und sie bei ihren nachbarn gegen gekochten oder ungekochten reis einzutauschen ihre unterkunft war eine sehr kleine und baufällige hütte die nahe dem hause eines reichen nachbarn stand die hütte war ebenfalls recht alt das dach war undicht die wände hatten löcher die ganze hütte stand schief und stürzte fast ein anstalten das verfallene haus auszubessern konnte sie nicht unternehmen erstens hatte sie überhaupt keine mittel dafür wie es sie geld für die ausbesserung des hauses haben wenn sie nicht einmal genug für das essen hatte zweitens lebte die alte witwe völlig allein für sich auf der welt sie besaß keine verwandtschaft und so hatte sie auch niemanden der das haus ausbessern konnte und deswegen verfiel ihr haus mit der zeit immer mehr ihr ganzes leben lang hatte die arme witwe keine bekanntschaft mit dem herrn gemacht ihn nicht einmal verehrt sie wusste gar nicht dass die ganze welt existierte weil der allmächtige es so überlegt hatte sie wusste auch nicht dass auch sie eigentlich nur auf der welt lebte weil er es so bestimmt hatte und schließlich wusste sie nicht dass ihr gesamtes leben in der gunst des lebenden und barmherzigen herrn lag eines tages brach die arme witwe wie gewöhnlich auf um im wald irgendetwas zu finden das sie gegen ungekochten oder gekochten reis eintauschen konnte sie ging sehr sehr langsam denn sie war wegen ihres weit fortgeschrittenen alters ziemlich kraftlos zudem war ihr magen leer weil sie seit zwei tagen nicht das geringste zu sich genommen hatte ihr weg führte an einem großen fluss vorbei es war gerade trocken zeit und hatte schon lange nicht mehr geregnet viele flüsse und seen waren ausgetrocknet zufällig war dieser tag sehr klar und die sonne strahlte eine glühende hitze aus der fluss an dem die arme witwe vorbeikam war fast völlig ausgetrocknet und das wasser das übrig geblieben war stand hier und da in tiefen löchern am flussufer angekommen bemerkte die arme witwe im schlamm viele fische die wegen der trockenheit hin und her zappelten ein wasserloch im flussbett in dem sie zunächst gemeinsam geblieben waren war wegen der dirre und der glühenden hitze am austrocknen die fische angeführt von dem größen unter ihnen vielleicht ihrem rajah beabsichtigten sich zu einer anderen stelle im flussbett wo noch mehr wasser war zu begeben doch unterwegs hatten sie halt gemacht weil sie bei der suche nach dem ersehnten ort keinen erfolg hatten die arme witwe freute sich sehr bei dem anblick der fische die da aus dem wassermangel fast tot hin und her zappelten dies wird meine mahlzeit dachte sie bald werde ich ein festessen veranstalten schon einige tage lang habe ich nichts gegessen gleich werde ich fleisch eines leckeren fisches schmecken können ihr appetit wuchs immer wieder musste sie schlucken weil sie sich den leckeren gebratenen fisch vorstellte ein teil der fische wollte sie verkaufen um von dem erlös reis kokosöl und gewürze zu kaufen um dann sogleich etwas schmackhaftes zu kochen doch im letzten augenblick änderte sie ihre absicht und sie zog ihre hand die sie ausgestreckt hatte um einen der fische zu greifen wieder zurück ihre augen lösten sich nicht von den hin und her zappelnden fischen je länger sie sie ansah desto mehr mitleid bekam sie mit ihnen weil sie der qualen gedachte wie die fische erlitten sie verglich die not ihres eigenen lebens mit der der fische und sie fühlte dass ihr leben zwar voller elend war sich aber nicht mit dem der fische vergleichen ließ sie fühlte dass in der not ihres eigenen lebens immer noch die möglichkeit hatte sich vor dem sterben zu retten indem sie holz und dergleichen suchte um es gegen reis einzutauschen anders war der zustand den die fische erlitten in ihrer not hatten sie keine möglichkeit sich durch eigene hilfe vor ihrem drohenden tod zu retten so kam es dass die witwe keinen von den fischen nahm sie blieb einfach ruhig stehen und löste ihren blick nicht von ihnen und plötzlich erlebte sie etwas was sie sehr erstaunte sie konnte hören wie der größte der fische wie ein mensch sprach und sie hörte ihn folgendes rufen ja allah dein diener bittet um regen ja allah dein diener bittet um regen diesen ruf wiederholte der fisch mehrmals wobei er seinen kopf zum himmel reckte die arme witwe schaute mit offenem mund erstaunt auf das wunder schweigend wartete sie weil sie wissen wollte was weiter geschehen würde einige augenblicke später folgte das nächste wunder herunter kam ein regen der mit äußerster heftigkeit vom himmel stürzte der fluss führte wieder wasser weil er vom regen überströmt und die fische konnten wieder fröhlich schwimmen und waren so aus der todeswahl gerettet wegen ihres großen erstaunens über dieses wunder bemerkte die arme witwe gar nicht dass sie vom regen völlig durchnässt wurde schließlich kehrte sie zurück sie hatte ihre absicht aufgegeben blätter und holz zu sammeln ihren frierenden körper beachtete sie gar nicht auch führte sie keinen hunger ihr herz war voll erfüllt von dem wunder das sie gerade gesehen hatte während des ganzen weges nach hause dachte sie ständig an das verhalten des fisches und wie er seinen kopf zum himmel gereckt und um regen gebeten hatte und sie sagte sich wenn ich einmal den der vorhin allah genannt wurde um geld bitte werde ich es vielleicht bekommen dabei werde ich die worte des fisches von vorhin nachsprechen und nach oben schauen mit folgendem unterschied mit folgendem unterschied allerdings während der fisch vorhin um regen bat werde ich um geld bitten zu hause angekommen begann die arme witwe ohne an kälte hunger schwäche und müdigkeit zu denken sogleich allah um geld zu bitten sie setzte sich streckte den kopf nach oben und wiederholte immer wieder den satz ja allah deine dienerin bittet um geld ja allah deine dienerin bittet um geld diesen satz wiederholte sie ständig ohne einmal aufzuhören ihre gedanken waren ganz auf ihre bitte an allah gerichtet an anderes dachte sie überhaupt nicht die not ihres lebens ihren hunger und ihre mühsal bedachte sie nicht im geringsten sie war davon überzeugt dass allah ihr geld geben werde so werde wie er den fisch im fluss regen geschickt hatte diese überzeugung ließ sie alles vergessen diese überzeugung war es auch die sie unermüdlich ihre bitte wiederholen ließ den ganzen tag überschrie die arme witwe und wiederholte ihre bitte an allah ja auch als der abend kam hörte sie mit ihrem schreien noch nicht auf der nächste nachbar der reiche mann fühlte sich belästigt weil er ständig die schreie der armen witwe anhören musste verärgert ging er zu ihrem haus und fuhr sie an sei ruhig ich habe es satt mit deinem schreien anzuhören dein bitten kann unmöglich erhört werden dein tun ist nutzlos es ist unmöglich dass allah hierher kommt und dir geld gibt anstatt sinnlos zu schreien wäre es besser du gingst in den wald um holz und blätter zu sammeln und damit dein lebensunterhalt zu verdienen die arme witwe achtete nicht auf den zorn und das schimpfen des reichen sie schrie kräftig weiter sie verstärkte sogar ihren rufen bei ihren ständigen bitten an allah in der nacht während die anderen leute tief schliefen rief die arme witwe ununterbrochen weiter und bat allah um geld da ging die geduld des reichen zu ende er nahm einen großen sack und füllte ihn bis oben hin mit zerbrochenem glas und dachziegeln und während die arme witwe eifrig rufend um geld bat stieg er mit dem sack voll scherben auf dem rücken auf ihr dach er wollte die arme witwe zum narren halten nun öffnete er das dach dort wo die witwe mit gerecktem kopf saß und ließ den sack mit den scherben von oben genau auf sie herabfallen die arme witwe verlor sogleiche bewusstsein und der reiche fühlte sich zufrieden weil er das ärgerliche schreien hatte abstellen können nach einiger zeit erst kam die arme witwe wieder zu bewusstsein als sie den sack neben sich sah freute sie sich weil sie annahm es sei mit dem von allah geschenkten geld gefüllt deshalb und weil sie sehr freute verbeugte sie sich immer wieder vor dem sack und unter ständigen verbeugung sprach sie ja allah deine dienerin ist dir sehr dankbar allah weil du ihr jetzt geld gegeben hast aber warum ist es nur so viel hast du allah selbst jetzt auch noch etwas als er das verhalten der armen witwe die sie ständig vor dem sack verbeugte und dabei wie eine verrückte mit sich selbst sprach beobachtete vergnügte sich der reiche sehr auch war er zufrieden dass seine list erfolgreich war und sie der scherben die er in den sack getan hatte tatsächlich für geld hielt von außen lauerte er und wartete wie die entwicklung weitergehen werde sicher würde sich die arme witwe nachher über sich selbst schämen weil sie geglaubt hatte der sack sei voller geld außerdem würde sie bestimmt nicht mehr weiter schreien und allah um geld bitten denn offensichtlich gab er kein geld sondern nur scherben währenddessen verneigte sich die arme witwe unermüdlich und tanzte ausgelassen immer wieder um den sack nach einiger zeit erst öffnete sie ihn um zu erfahren was darin sei was war der inhalt des sacks durch die allmacht des herren hatte sich die scherben in dem sack tatsächlich in geld verwandelt der große sack war bis oben hin mit den verschiedensten geldstücken gefüllt da waren kupferne solche in silber und goldene münzen wie freute sich die witwe so viel geld bekommen zu haben jetzt war sie unendlich reich geworden die nachricht von dem reichtum der witwe verbreitete sich schnell überall hin ihre verfallene hütte ließ sie ausbessern ja ihr neues haus glich einem palast groß und prächtig voller möbel und kostbarer verzierungen und ihre kleidung war jetzt nicht mehr zerfetzt wie früher jetzt kaufte sie höchst prächtige kleider ihr nachbarn wunderten sich und staunten als sie hörten wie die witwe zu diesem überfluss gekommen war nur einer wunderte sich nicht und das war der reiche der eigentlich die witwe mit einem scherbensack zum narren halten wollte jetzt war sein besitz geringer als der der witwe er besaß nicht einmal den zehnten oder den hundertsten teil ihres reichtums nun bedauerte er sein tun warum nur hatte er den bis oben mit scherben gefüllten sack in das haus der witwe fallen lassen so dass sie am ende steinreich wurde und mehr hatte als er besaß wenn er nicht so gehandelt hätte wäre die witwe bestimmt nicht so reich geworden er war bekümmert und es rollte ihn wirklich sehr doch allmählich wuchs ein anderer gedanke in ihm er wollte das ton des alten nachahmen und auch zu mehr reichtum gelangen er glaubte dass auch er gold und silber in einem sack finden werde wenn er der witwe auf ihre art nacheifere eines tages befahl der reiche dann seinen dienern in der kommenden nacht zwei säcke die bis oben mit scherben gefüllt waren auf das dach seines hauses zu tragen und sie von dort genau auf ihn fallen zu lassen vom morgen an saß er dann den ganzen tag in seinem haus regte den hals und schrie die witwe nachahmend ja Allah dein diener bittet um geld ja Allah dein diener bittet um geld auch am abend hörte er mit seinem schreien nicht auf mitten in der nacht stiegen dann seine diener mit den bis oben mit scherben gefüllten säcken auf das dach des hauses sie ließen die säcke von oben genau auf den reichen fallen der schreiend um geld bat da fiel der reiche in ohnmacht und verlor für einige zeit das bewusstsein als er wieder zu sich kam sah er die beiden säcke neben sich da erhob er sich verneigte sich immer wieder vor den säcken und sagte ja Allah dein diener ist dir sehr dankbar Allah weil du wirklich geld gegeben hast aber warum ist es noch so viel hast du Allah selbst jetzt auch noch etwas er war überzeugt dass er wirklich zwei säcke voll mit geld erhalten hatte nachdem er sich für einige zeit auf die weise aufgeführt hatte öffnete er dann ohne den geringsten zweifel die säcke was fand er darin die scherben in den säcken hatten sich doch nicht in geld verwandelt da wurde er sehr traurig und betrübt außerdem hatte er am körper verletzungen weil die großen und mit scherben gefüllten säcke auf ihn gefallen waren doch weil er sein ziel nicht erreicht hatte schimpfte er voller ärger warum ist dieser Allah nicht gerecht für andere macht er geld und für mich nicht und er schimpfte weiter möglicherweise gibt es ja einen anderen Allah als vorher der früher konnte aus scherben geld machen der jetzige anscheinend aber nicht seitdem blieb der reiche krank und schließlich konnte er nicht mehr arbeiten um seinem erwerb nachzugehen und weil er nicht mehr arbeitete konnte er sein vermögen nicht weiter mehren stattdessen gab er es für sein tägliches essen aus und auch die medizin für seine wunden verbrauchte mehr und mehr von seinem vermögen doch ohne erfolg schließlich verarmte er völlig und besah es überhaupt nichts mehr so wie die witwe bevor der sack heruntergefallen war so wie die mit mir genau